Der Odenwaldkreis ist ein Landkreis im Regierungsbezirk Darmstadt in Hessen. Mit etwas weniger als 100.000 Einwohnern ist er der bevölkerungshermste Landkreis Hessens. Geografie Der Odenwaldkreis ist der einzige Landkreis, der mit dem gesamten Kreisgebiet im Odenwald liegt, somit dessen Kerngebiet umfasst. Zentraler Landschaftsteil des Odenwaldkreises ist das in Süd-Nordrichtung verlaufende Mühmlingtal und die dieses höstlich und westlich Begleitenden. Höhenzüge Entlang der Mühmling sind die größten Städte des Kreises aufgereiht Bierfelden, Ebbach, Michelstadt, Bad König und Höchst. Im Nordwesten reicht das Kreisgebiet in einen Teil der Gersprinzniederung hinein und im Süden gibt es jenseits der Hauptwasserscheide von Main und Neckar einige Täler, die nach Süden dem Neckar zustreben, der Finkenbach, der Gammelsbach, der Sensbach und die Itter. Die höchsten Erhebungen des Odenwaldkreises sind der Kohlwald nordwestlich von Bolau, die Sensbacher Höhe und der Kreberg. Beide in der Gemarkung Obersensbach. Würzberg und Bolau sind mit 515 Meter die beiden höchstgelegenen Ortschaften des Kreises und die tiefstgelegene ist Heinstadt an der Mühmling kurz. Vor der Bayerischen Grenze mit 143 Meter. Der Odenwaldkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Norden beginnt an die Landkreise Darmstadt, Dieburg, Miltenberg, Neckar-Odenwaldkreis und Rhein-Neckar-Kreis sowie Bergstraße, Geschichte. Bis zur Mediatisierung 1806 war das Gebiet des Odenwaldkreises in ähnlichen Grenzen wie seit der Kreisreform. Ein reichsunmittelbares Territorium der Grafen von Erbach gehörte als Exklave zum Fränkischen Reichskreis und kam dann zum Großherzogtum Hessen. Nach Verkündung der Verfassung des Großherzogtums am 17. Dezember 1820 folgte am 14. Juli 1821 eine umfassende Verwaltungsreform. Statt der Ämter wurden nun Landratsbezirke eingesetzt. Dies waren die Vorläufer der Kreise. In Erbach wurde 1822 für die gräflich-erbachischen und erbachfürstenauischen Ämter der Landrats- und Gerichtsbezirk Erbach gegründet. Ebenfalls 1822 entstand ein Landrats- und Gerichtsbezirk Breuberg mit Sitz in Neustadt bzw. höchst im Odenwald. Mit Gesetz vom 31. Juli 1848 wurden die Verwaltungseinheiten ein weiteres Mal vergrößert. An die Stelle der Kreise und Landratsbezirke traten nunmehr Regierungsbezirke. Wobei die bisherigen Landratsbezirke Breuberg und Erbach zum Regierungsbezirk Erbach vereinigt wurden, hinzu kam der Landratsbezirk Wimpfen, eine Exklave in Baden. Bereits vier Jahre später kehrte man aber zur Einteilung in Kreise zurück, wodurch neben dem Kreis Erbach, der Kreis Neustadt und der Kreis Wimpfen gegründet wurden. Am 1. Juli 1874 wurde der Kreis Neustadt wieder aufgelöst und der größte Teil der Gemeinden wurden in den Kreis Erbach integriert. Ebenso wurde der Kreis Lindenfels aufgelöst und gab 16 Gemeinden an den Kreis Erbach ab. Im Zuge der 1874 im Großherzogtum Hessen nach preußischem Vorbild vorgenommenen Reform der Kreisverfassung kam es auch zu einer neuen Kreiseinteilung. Die damals geschaffene Gliederung des Großherzogtum in Sieben die Provinz Starkenburg bildende Kreise hatte mehr als sechs Jahrzehnte Bestand. Nach der 1936 erfolgten Auflösung der Provinzial- und Kreistage im nunmehrigen Volksstaat Hessen und der 1937 durchgeführten Aufhebung der drei Provinzen Starkenburg, Oberhessen und Rheinhessen brachte das Jahr 1938 eine Überprüfung der Kreisgrenzen. Am 1. November 1938 wurde in Hessen eine einschneidende Gebietsreform durchgeführt. In jeder der drei hessischen Provinzen Starkenburg, Einhessen und Oberhessen wurde jeweils ein Kreis aufgelöst. In Starkenburg war davon der Kreis Benzheim betroffen. Dieser wurde zum größten Teil dem Kreis Heppenheim zugeschlagen, der auch zum Rechtsnachfolger des Kreises Benzheim wurde. Die neue Verwaltungseinheit wurde in Landkreis Bergstraße umbenannt. Gleichzeitig wurden die Städte Darmstadt, Gießen, Mainz, Offenbach und Worms als Stadtkreise verselbstständigt. Diese so geschaffene Kreiseinteilung des Volksstaates hatte zunächst bis zum Kriegsende 1945 Bestand. Im Rahmen der Gebietsreform in Hessen kam am 1. Juli 1971 die Gemeinde Laudenau aus dem Kreis Bergstraße nach einer Bürgerbefragung zum Landkreis Erbach. Als sie sich der Gemeinde Reichelsheim anschloss. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neugliederung des Landkreises Erbach vergrößerte sich das Kreisgebiet am 1. August 1972 um die Gemeinden Fränkisch-Krumbach und Brenzbach aus dem Landkreis Sieburg. Zugleich erhielt der Kreis den Namen Odenwaldkreis. Einwohnerentwicklung Politik Die Kommunalwahl am 6. März 2016 lieferte folgendes Ergebnis. Landrat 21. Juni 1865 und 60 20. Juni 1877 Kreisrat Wilhelm Christoph Adolf Schenk zu Schweinsberg 20. Juni 1877 7. August 1886 Kreisrat Johann Karl Joost 7. August 1886 20. September 1888 Kreisrat Hermann von Bechthold 10. Oktober 1888 16. Juli 1894 Kreisrat Andreas Breidert 16. Juli 1894 19. August 1897 Kreisrat Gustav Weibrecht von Gemmingen 6. September 1897 30. September 1901 Kreisrat Friedrich Wilhelm Vei 1. Oktober 1901 28. Februar 1910 Kreisrat Karl Schliebhake 1910 bis 1913 Kreisrat Adalbert Ring von Stark 1. Oktober 1913 30. April 1920 Kreisrat Eugen Kranzbühler als Vertreter des zum Wehrdienst eingezogenen Kreisrates Oberregierungsrat Hermann Stammler 1. Oktober 1920 15. Juni 1923 Kreisdirektor Ernst Merck 16. Juni 1923 30. April 1932 Kreisdirektor Leopold von Werner 16. Mai 1932 30. September 1937 Kreisdirektor Hermann Braun 1. Oktober 1937 1. Oktober 1937 bis 1938 Kommissarischer Kreisdirektor Helmut Scheer 1. Juni 1938 31. März 1945 Kreisdirektor Ab 1939 Landrat Dieter Stammler Kommissarischer Kreisdirektor Hans Born Scheuer 1945 bis 1951 Karl Neff 1951 bis 1963 Georg Ackermann SPD 1963 bis 1979 Gustav Hoffmann SPD 1979 bis 1991 Beidur Notat SPD 1991 bis 2009 Horst Schnur SPD 2009 bis 2015 Dietrich Küpler ÜWG Seit 1. September 2015 Frank Matthiaske SPD Wappen Landratsamt Das Gebäude des Landratsamtes wurde 1902 bis 1904 vom Wormser Stadtbaumeister und späterem Professor der Technischen Hochschule Darmstadt Karl Christian Hofmann im Renaissance-Stil entworfen und vom Bauunternehmer und Steinmetz Adam Hild aus Herzbach errichtet. Erweiterungsbauten wurden 1960 und 1989 notwendig. An dieser Stelle befand sich ehemals die Gerichtsstätte der Erbar Tscherzent und danach eine Ziegelhütte. Der Unwaldkreis unterhält eine Partnerschaft mit der Region Falkirk, die im Zentrum Schottlands zwischen Edinburgh und Glasgow liegt. Kultur Das Deutsche Elfenbeinmuseum Erbach präsentiert der Öffentlichkeit an diesem bedeutenden europäischen Standort der Elfenbeinschnitzerei eine einzigartig umfangreiche Sammlung von mehr als 2000 Exponaten unterschiedlichster Herkunft und Entstehungszeit. Breuberger Bildhauerinnen, der Kunstverein Breuberg und die Bürgerstiftung laden seit 2002 jedes Jahr Bildhauer zu einem Treffen ein. Um Kunstwerke für das Skulpturenfeld auf der Breuberger Aue zu schaffen, standen 18 Skulpturen auf dem Feld. Städte und Gemeinden Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Vorgänger des Odenwaldkreises, dem Landkreis Erbach, das Unterscheidungszeichen ERB zugewiesen. Dieses wurde auch nach der am 1. August 1972 erfolgten Umbenennung in Odenwaldkreis weiter benutzt und wird durchgängig bis heute ausgegeben. Kfz-Kennzeichen 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 Kfz-Kennzeichen